Zum ersten Mal in der Tora erfahren wir in der dieswöchigen Parashah Vayechi über eine Begegnung zwischen einem Grossvater und seinen Enkeln, zwischen Jakob und seinen beiden Enkeln Ephraim und Menashe. Diese Begegnung ist etwas merkwürdig. Zuerst sagt Opa Jakob zu Josef, Ephraim und Menashe, Kiruven, Weschimon, Iuli. Meine Enkel Ephraim und Menashe seien mir wie meine Söhne Rouven und Weschimon. Doch nur drei Sätze weiter fragt plötzlich Jakob, Miele, wer sind diese? Gerade zuvor erwähnt Jakob seine Enkel mit Namen und jetzt weiss er nicht mehr, wer sie sind. Es ist unwahrscheinlich, dass Jakob an einer Altersvergesslichkeit litt und er deswegen nicht mehr wusste, wer sie sind. Denn sein Gedächtnis funktionierte davor und danach einwandfrei. Weshalb also diese merkwürdige Frage, Miele, wer sind diese? Der Malbim, Rabbi Meir Leibusch Weiser, er lebte im 19. Jahrhundert, vermutet, dass Jakob seine Enkel aufgrund ihrer ägyptischen Kleidung nicht mehr wiedererkannte. Jakob, so der im Zeitalter der Assimilation lebende Malbim, war darum besorgt, dass seine Enkel ihre jüdischen Wurzeln vergessen und deshalb segnet er sie danach mit Weikare, Vahem, Shemi, Veshem, Avotai, Avraham, Vitzchak, dass in ihnen mein Name und meiner Vätername Avraham und Izchak genannt werde. Zwischen Grosseltern und ihren Enkeln, früher wie heute, ergeben sich manchmal Situationen, wo der Generationsunterschied besonders spürbar wird, wo wenn es sich etwa um Dinge wie Religion, Werte und technologische Entwicklungen handelt, man sich schnell mal fragt, Miele, wer sind diese? Doch was wir von Jakob lernen können, ist die Wichtigkeit, trotz den Generationsunterschieden, den Dialog und die Beziehung mit den Enkeln bzw. mit den Grosseltern zu suchen, schätzen und pflegen und damit den Generationengap zu überwinden. Wer unsere Enkel bzw. unsere Grosseltern sind, sich im positiven Sinne mit dieser Frage auseinanderzusetzen, nimmt im Judentum eine zentrale Stellung ein, denn diese generationsübergreifende Beziehungen können für alle Parteien enorm sinnstiftend, bedeutungsvoll und bereichernd sein. Im dieswöchigen Wochenabschnitt begegnen sich zum ersten Mal Grosseltern und Enkel und zum ersten Mal finden wir ausgerechnet hier keinen Geschwisterkonflikt vor, sondern eine Harmonie frei von Neid und Streit um die Anerkennung. Und das ist kennzeichnend für eine Grosseltern-Enkel-Beziehung, die häufig harmonischer ist als zwischen Eltern und ihren Kindern. Jakob fragt zwar Miele, doch dann segnet er seine Enkel und gibt ihnen das Familienvermächnis weiter, das er von seinem Vater und Großvater erhielt. Mögen auch wir einen respektvollen und bereichenden Dialog zwischen den Generationen pflegen, während wir unsere Kinder und Enkelkinder, die Ephraim und Chimnashe wie Ephraim und Menashe segnen. Shabbat Shalom. Ephraim und Chimnashe